Willkommen beim Votum. 14 Millionen Internetnutzer stimmen nun in den nächsten 99 Stunden über ihr Leben. Hey! Hallo! Ist da jemand? Hallo! Hey! Papa, wie viel ist 99 minus 45? 54, mein Schatz. Danke. Das ist klar, kein Piss. Na, verhungern. Machen wir verhungern? Tja. Ist euch das alles wirklich völlig kalt? Versteht ihr nicht, dass ich real bin? Dass mein Tod real sein wird? Bitte bewahren Sie Ruhe. Anscheinend nicht, denn eure Realität endet hinter dem Bildschirm. Ich bin in eurem scheiß Spiel gefangen! Ist es schön, sich als Gott zu fühlen? So soll es also enden! Die Geschichte, die wir im Leben schreiben! Ich hoffe, das öffnet euch die Augen! Das Votum ist nun beendet. 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 Ich bin in unsere HESUNG.